Alte Tapeten zu entfernen ist oft mühevoll. Mit einem Spachtel erreicht man meist nicht alle Stellen der Wand. Bei mehrfach gestrichenen Wänden zieht das Wasser nur schlecht in die Tapeten ein und beim Arbeiten mit Leitern besteht zudem oft Sturzgefahr. Mit dem Renovierset von Wolfkraft werden diese Probleme nun gelöst. Zuerst kommt die schon vormontierte Spachtelwalze mit ergonomischem Griff zum Einsatz. Die Tapetenschichten werden kraftschonend und schnell gelöchert. So kann das Wasser besser einziehen. Eine Grundvoraussetzung für das saubere Entfernen der Tapeten. Dank des Teleskopstils kann das Set auf bis zu einem Meter verlängert werden. So erreichen Sie problemlos jede Stelle der Wand. Nach dem Löchern und anschließenden Befeuchten der Alttapete sollten Sie 10 Minuten warten. Je nach Tapete muss der Vorgang auch wiederholt werden. Nun wird die Spachtelwalze mithilfe der praktischen Schnellwechselfunktionen gegen den 15 cm breiten flexiblen Spachtel ausgetauscht. Großflächig und mit hohem Anpressdruck lassen sich die Tapeten schnell und restlos entfernen. Durch den flexiblen Spachtel gelangen sie mühelos unter die alten Schichten und können diese einfach von der Wand lösen. Das schnelle, ergonomische und sichere Lösung zum Entfernen der Tapeten.